Führerschein weg und jetzt zur MPU? Was nun? Wir helfen Ihnen. MPU-Beratung und MPU-Vorbereitung Lamberts in Hennef. Als geprüfter Kraftvereignungsberater steht Ihnen unser komplettes Netzwerk von qualifizierten Rechtsanwälten, Psychologen, Ärzten, Laboren, Therapeuten und MPU-Instituten zur Verfügung. Sprechen Sie uns an mpulamberts.de Übergabe der neuen Bänke im Kurpark Hennef. 21 neue und einheitliche Bänke mit einem Gesamtwert von 18.000 Euro bieten den Besuchern des Hennefer Kurparks Platz für eine Sitzpause. Sie wurden im Laufe dieses Jahres unter Federführung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Hennef e.V. VVV angeschafft und vom städtischen Baubetriebshof installiert. Der VVV, die Stiftung und die Kurhaus GmbH haben die Bänke im November offiziell an die Stadt Hennef übergeben. Die kommende kalte Jahreszeit mag nicht alle Tage zum Sitzen im Freien einladen, aber das nächste Frühjahr kommt bestimmt. In jedem Fall sind diese neuen Bänke ein Gewinn für alle Besucher des Parks und für die Bewohner des Kurhauses. Bereits in den Wintermonaten 2008 bis 2010 hatte der Baubetriebshof der Stadtbetriebe Hennef in Eigenleistung die Wege im Hennefer Kurpark erneuert. Auch die Beleuchtung entlang der Wege wurde wieder auf Vordermann gebracht. Mit dem Engagement des VVV und der Unterstützung durch die Stiftung und der Kurhaus GmbH gibt der Park nun ein insgesamt rund erneuertes und gutes Bild ab.